Ah, 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 ah Oh, oh, hallo Leute Herzlich Willkommen zu Minecraft Dungeons Oh, wollte ich jetzt ein Part aufnehmen? Hm, egal Oh, oh, ah, ah Okay, Leute, wir gehen direkt los, Leute Keine Zeit zu verlieren Und zwar in die Redstone-Mine, natürlich Schwierigkeitsgrad, äh, 6 Hier gibt's irgendwie nur 6 Gab es davor nicht mal 7 irgendwo? Nee, nee, okay Habe ich mir eingebildet, Leute Habe ich mir eingebildet In die Redstone-Mine Das erste Mal heute Ich bin gespannt, wie schwer die sind Der Wüstentempel war ja relativ gut Aber ich glaube, das lag auch im größten Teil an meiner Toxic-Lebe Dass sie mir Heilung zurückgibt Und jetzt, pscht Man erzählt sich, dass die Illager dort tief unter den alten Bienen etwas Schreckliches bauen Etwas aus Ruß, Metall und Flammen Nur ein Held wie du Kann sich in dieses Höhlensystem begeben Und die Wahrheit aufdecken Wieso gibt es nicht solche Erz auch im echten Minecraft, ja? Ich weiß, die gibt es auch im Twilight Forest Mod, glaube ich So ähnlich, glaube ich Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig Ist das ein Geheimnis? Nee, ist es nicht Äh, null, null Geheimnisse Okay, dann brauchen wir hier gar nicht großartig zu erkunden Erkunden Aber Die Map ist hier Oh, das Redstone vor allem Oh, wieso Gibt es sowas nicht hier in echten Minecraft? Was soll das? Minecraft 2 Wann kommst du denn? Ich weiß zwar nicht, ob ich Minecraft 2 so Oft spielen werde wie Minecraft 1 Bei Minecraft 1, das war schon Einzig Also so viel Spielzeit kann man mir gar nicht mehr schenken Ich glaube, so viel Spielzeit habe ich auch nicht mehr im Leben Wie ich dort verbracht habe Oh, kleine Minenspin Und ein Spawner Loy Äh Okay Cool Neue Mechanik Spawner sind natürlich sehr, sehr cool Aber den haben wir auf jeden Fall auch Hier scheint es auf jeden Fall wieder Creepies zu geben Ein paar Creeps unter euch Ne Genau Das sind meine Zuschauer Sie sind alle tot Alle tot Oh, da haben wir eine coole Kiste, Leute Da sehe ich eine coole Kiste Okay Warte, ich möchte mal eben hier Bam, bam machen So Okay Ich glaube Wir kümmern uns mal eben hier um den Spawner Weil das könnte sonst noch gefährlich werden Äh, geht es hinten weiter? Ne, ne Ne, ne Gut, da hinten ist Schluss So, Creeper Durchmacher Oh, hier ist Wow Nicht mal irgendwie ein besonderer Raum oder so Ne Ist einfach nur Müll Wie in der echten Höhle Oh, ne Spitzhacke Cool Haben wir mal wieder eine bessere Ich hab mit der Spitzhacke noch nicht gekippt Vielleicht machen wir das auch mal Das könnten wir vielleicht auch mal ausprobieren Das Sehenschwert ist ja eher ein Reihenfall, würde ich sagen Weil Damit kann man keine Kombos machen Das finde ich echt schade Oh Da leuchtet ein Apfel Okay Den nehm ich mir doch So, kommt mal her Hier Ich schaffe es auch Und ich hab auch gelernt Dass man wirklich Mit A Einfach nur drücken muss Ja, und Dann greift er automatisch an Da muss ich mir den Stress nicht immer antun Hier 10.000 Sachen zu klicken So Ich bin vergiftet Oh Aber ich krieg die ganze Zeit Heilung Das ist natürlich auch lustig Oh, bam Weg mit euch Weg mit dem Dreck Oder War da was? Ne, da war nichts Oh Gott Warte, wie viel Kisten? Fünf Fünf Eine haben wir Zwei haben wir Aua Oh Gott Okay Mein Karts sind böse hier Ich meine Die sind auch im normalen Fall böse Oder? Ne Ne, sind sie gar nicht Ne, ne Da hab ich wieder Müll gelabert Okay Danke Spiel Und danke für meinen Apfel da unten Oh Ne, ne, ne Du mich nicht Du Okay Hier sind Vorräte Steht mir ein großer Kampf hier Aha Oh Habe ich glaube ich niemanden getroffen Außer den kleinen hier Den ich befreie Oh, der ist weg So, hier Hallo, hallo Leute Oh, da ist ein großer Großer Dude Oh, den haben wir auch So Oh, Magier Ne Ne, ist Ist, ist Ist überhaupt kein Magier Oh Gott Ich muss mal hier ganz, ganz kurz raus Oder mal einmal hier X drücken Aber selbst das hat nicht Allzu viel gebracht Dann schieße ich jetzt erstmal damit Okay Okay, okay Oh Gott, ich komme da nicht weg Aua Leute Hört mal auf hier Ich habe auch Gefühle So Oh Der ist doch jetzt weg Oder? Super Sehr gut Oh, da ist echt ein Magier Ich wusste es doch Das habe ich mir nicht eingebildet, Leute Diesmal nicht Diesmal nicht So Ne, du kannst auch leben Ihr könnt alle leben, Leute Alle Ihr seid frei Flieg 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 Flieg, du bist frei Aus welchem Film war das nochmal Flieg, du bist frei Hey Flieg Du bist frei Flieg doch Hm Weiß ich erst nicht mehr Ich hör zu lange her Flieg, du bist frei Lauf weg Lauf weg Keine Ahnung Leute Ich habe mich versucht Oh Das hat ja überhaupt nichts gebracht Oh Gott Da ist ein Dings Den muss ich mal eben hier besiegen So Super Oh Gott Oh ne Oh ne Da ist dieses Dings Diese hässliche Hexe An die erinnere ich mich noch, Leute An die erinnere ich mich Oh Gott Da stand ich genau drin Okay So Bam Und du Hexe Ne Oh Gott Okay Okay Ich muss mal eben hier Bisschen Oh Gott So 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 Hier Bam Oh Gott Komm Ich habe sie Ich habe sie Ich habe sie Ich habe sie Oh mein Gott, Leute Ich habe sie noch Mit dem letzten Leben Mit dem letzten Fünkchen Leben So Ich muss echt bei ihm hier kurz warten Bis ich vollgehalten bin So Danke Super Haben wir was bekommen? Äh Nicht wirklich Nicht wirklich Aber wir gehen Oh Gott Wir gehen doch nicht nach rechts Machen nämlich erstmal hier die So Geht mal bitte weg hier Alter Oh Gott Ich bin gestorben Ich habe nicht aufgepasst Ich habe nicht aufs Leben geguckt, Leute Okay So Hier Kommt mal bitte her Danke Alter Ich sterbe ja schon Schon wieder fast Alter Was ist das hier? Weg mit euch Ich muss die Scheiß Stunts uns hier Besiegen Oh Gott Oh Gott Diese Oh diese Spawner sind aber echt fies So Jetzt aber Oder Oh immer noch nicht Okay Okay Ich meine Ein Hit Ein Hit Ein Hit So Den hatten wir Wir ziehen uns nochmal zurück Beziehungsweise Wir gehen nach hier hin Und drücken X Und machen den da jetzt auch kaputt Fliehen nochmal Müssen aber glaube ich nicht fliehen Ne Und hier Um den kümmere ich mich jetzt schnell hier Gut Gut Gib mir wieder Leben hier Oh Gott ey Das war jetzt hier Was hier Ich hoffe hier ist nicht Nicht noch so ein Dungeon So Gib mir Leben hier Ich brauch Leben von euch Danke Dankeschön Ach da hinten Oh Gott Super Super Die haben wir Die haben wir gut Die haben wir echt gut gemacht Das Das möchte ich mir einfach mal zuschreiben So Wie gesagt Geheimnisse gibt sie nicht Das heißt Wir können eigentlich direkt weiter gehen Ne Hier ist auch nichts Gut 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 Ich wusste da Komm Mein Karts Ich wusste es Oh Edgar hier Oh Edgar Schieren Edgar Bleib mal bitte stehen Ich komme Edgar läuft weg ey Kann Edgar auch verschwinden Ne Ich hoffe nicht Oh Gott Ey Puh Wo ist der Magier Scheiße Ich weiß es nicht Ich habe ihn nicht gesehen Ah da Da ist der Magier So Der ist weg Oh Edgar läuft weiter weg Okay So Hier haben wir eine Schere Beziehungsweise Leuche So Den haben wir auch Leben sieht in Ordnung aus Edgar kommt schon Irgendwann Den kriegen wir noch Edgar kriegen wir noch Oder Also nicht Kann sein Und ich habe Angst Dass hier alles runterfällt Tut es aber nicht Schnelle Armbrust Hört sich cool an 34 24 Wow Ist aber Finde ich jetzt persönlich Nicht ganz so cool Äh Feuerteil zwar schneller Aber Oh da sind Dings Die nehme ich mir Pfeile nehme ich mir Natürlich So Ihr könnt da mal Explodieren Sehr schön Sehr sehr schön Ah da hinten ist Edgar So Edgar Ja ja Flieh mal weiter Du Narr Da sehe ich auch wieder Magier leider Hallo Ich traf dir nicht Danke So Edgar ist nicht nach links gelaufen Glaube ich Aber ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Ich mache das ja für den Loot Und ein Slime ist ja auch Cool Slime hätte ich nicht hier erwartet Im frostigen Äh Ne Dings hier Ich weiß gar nicht mehr wo wir hier überhaupt sind Ach Redstone Dings Redstone Miene Genau Das war's Freie die Dorfbewohner Okay Schon wieder Oh da Da ist die Hexe Oh Da hinten ist nur eine Die muss ich mir Super Die habe ich mir geschnappt Auf jeden Fall Ich weiß überhaupt nicht Ja Wo mein Freund ist Ah da Da ist mein Edgar Oh Gott da ist noch einer Weg mit dir Weg mit dem Dreck Ist das ein Loch? Ich weiß es nicht Ist nämlich kein Apfel mehr So Das schmeißen wir einfach mal da hinten Da ist aber überhaupt niemand Okay Ah hier Hier sind sie wieder So Perfekt Geh du auch mal bitte weg Du bist frei Oh oh Magier Sehr schön Ach da ist noch einer So Jetzt aber Jetzt aber weg mit euch hier Ich stecke in der Wand fest Ich fasse es nicht So Hier hinten natürlich auch Oh Gott Das ist ein Magier Super den haben wir Danke Für das Fleisch Das nehme ich gerne an Achso Hier ist so eine Art Rundgang Ich bin mal weg hier Danke Habe ich hier was übersehen Außer den Typen Ne Ich glaube nicht Ne Habe ich nicht Sehr gut Super Ihr seid frei Leute Ihr seid frei Dann geht es jetzt weiter Oh Gott Creeper Creeper ist nie so cool So Aua Oh Gott Ich bin mal ganz ganz schnell weg hier Schließe ich mal lieber so eben Sehr schön Oh das kann jetzt ein bisschen dauern Leute Oh Gott Ich hatte kurz Angst wegen dem Minecart Können es vielleicht nochmal hier Oh der Ah Den kenne ich tatsächlich Glaube ich Können wir einmal ausprobieren gleich Zeige ich den euch Den habe ich nämlich aus dem Trailer Glaube ich gesehen Boah Komm Mach mal hier hin Oh Tja das hier Leute Ui Ja gut Ne Das war das Sehr schön Da Können wir weiter gehen Und Apfel Stimmt Äh Müssen wir eben hier Das hier machen Das hat hier Oh Gott Muss hier raus Da haben wir noch einen Apfel So das haben wir besiegt Super Och Gott ey Leute Oh da hinten Ah guck mal Ich kann auch von hier hinten Perfekt Weg damit Weg damit Sehr gut Sehr sehr gut Ne ich möchte erstmal nach da hinten Weiter angreifen Das ist nämlich noch ein Dings Super Sehr schön Cool Oh Gott Ist ja nur einer Hier hier Tschüss Ihr könnt auch mal weg Aua Mein Kart Ich will nicht hier wieder Mitten drauf stehen bleiben So Ne Ich gehe erstmal auf dich So Jetzt kann ich mal ganz kurz hier gucken Rechts Rechts könnte auch noch irgendwas sein Ja Oh Gott Was ist denn da schon wieder los Oh Gott Creeper Es sieht noch in Ordnung aus Leute Es sieht nur in Ordnung aus So Oh da ist sogar noch einer Da habe ich gar nicht gesehen Da hinten ist noch einer Na super Okay Wir machen erstmal euch hier weg Oh hier Super Und du auch weg Dankeschön Jetzt kommt hier Die kleinen süßen Dinger Ist da noch was? Ne ne? Ne Okay Da geht es auf jeden Fall weiter Essen wir hier erstmal alles Rechts könnte wahrscheinlich eine Kiste sein Ah Oh Gott Ich hatte kurz Angst Als ich runterfalle Warte mal Hier einfach geradeaus Ne? Da geht es aber nicht weiter Okay Dann ist da vielleicht doch nichts Dann ist da nichts Leute Dann ist da einfach nichts Äh Oh guck mal Hier könnte ich Dings noch Upgraden So Mal hier 10 Schaden Das ist jetzt nicht so die Welt Aber trotzdem ne Was man hat Das hat man Leute Okay Weiter geht es Kleine Giftspinnen Oh Gott Äh Ach ne Ich mag den Magier nicht Leute Ich mag den Magier einfach nicht Der ist so gut Hier X Bam 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 Ah Vielleicht Vielleicht ist er gar nicht so gut Vielleicht hab ich den einfach immer überschätzt Leute Meine Spitzhack Gedanken schon dafür Tun wir mal nach da hinten hin Oh Gott Hat nie ausgereicht Leute Hat nie ausgereicht Oh Gott Ah Ich mach hier aber gut Leben Ich mach hier gut Leben Sehr gut Haben wir ja easy geschafft Tatsächlich So Ja ja Spawn du mal hier deine Zombies Ich spawn hier meine Lebe Und bleib hier erstmal stehen Dankeschön Oh Hallo Lass mich in Ruhe hier Oh Gott So hier weg Weg mit euch hier War die Trul da schon vorher? Voll nicht Ich hab sie nicht gesehen Ich hab sie nicht gesehen So Aua 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 Das tat weh Oh 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 Nicht unterfallen Wolfsrüstung Danke Ach hier ist noch eine Na ja Super Hier hab ich sonst nichts übersehen Ne Scheint nicht so Scheint nicht der Fall Oh 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 Okay Erz Oh Gott Hier leckt ein bisschen Aber es geht noch Kann ich in die Lava rein? Oh Gott Ich kann in die Lava rein Das hätte ich wissen müssen Weee Oh Au Oh Gott Der macht aber Schaden Leute Aua Letzte Chance Oh Gott Letzte Chance Leute Oh Gott Äh 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 Weg Kann er auch in die Lava? Ne kann er nicht Sehr gut Hihihi Ich weiß Ich weiß Ich weiß Es ist gemein Ich weiß das Deswegen Obwohl Oh Gott Das ist der einzige Ort Oder? Oh tatsächlich Ja So Komm her Obwohl ich möchte eigentlich nicht Dass er da stirbt Sondern hier Ich möchte ganz gern die Sachen auch behalten So Jetzt aber Super Auch der hat ja nur Kacke gedorpt Das ist ja traurig Mann Okay Ich muss jetzt aufpassen wegen meinem Leben Leute Und Pfeile Spare ich vielleicht jetzt erstmal auf Falls der nochmal kommt Oh da ist nichts Rechts ist auch nichts Haben wir alle Touren? Ja haben wir Okay Dann müsste ja hier gleich der Ausgang kommen Oh Da lebt noch Ah hier ist er tatsächlich schon 21 Minuten Oh das ging auch Das ist recht fix Leute Wir schalten die Erfolge Um Erfolge frei Kann man irgendwo sehen Wo die Erfolge stehen Also wahrscheinlich bei Xbox schon Oder auf der Playstation Sieht man das ja meistens Oder auf Steam Falls es das auf Steam gibt Ich glaube nicht Aber auf das Switch Sieht man hier auch die Erfolge So was bekommen wir denn schönes Ah Feuerwerk Nice Endlich 35 222 macht er jetzt Du hast 46 gemacht Das war auch schon immer heftig Das ging auf jeden Fall gut zur Sache Aber hier hatten wir blöde Verzauberung Haben wir hier bessere Gesundheit zurück erhalten Für jeden 100 Ne den brauchen wir nicht Durch Rollen bewegt sich Gehe ich 3 Sekunden lang schneller Mit geringer Wahrscheinlichkeit Werden Geschosse abgewehrt Das fände ich halt ganz cool Bei der Aktivierung Eines Artefacts erhältst du Gesundheit zurück Angehört sich Das passiert eher weniger Dann würde ich eher sagen Das mit dem Brand Aber dann nehme ich glaube ich Die Wolfsrüstung doch Dann nehme ich sie Die ist zwar nicht legendär wie die hier Aber Die Verzauberung Die sagen mir hier ein bisschen mehr zu Oh ne warte mal Nein Ich habe das falsche Verzaubert Das wollte ich ja gar nicht verzaubern Ach man Dann geben wir aber hier auf jeden Fall Schaden Ups Sorry Leute Da habe ich wohl leicht Leicht gefällt Würde ich fast schon sagen Die kann auch weg Weißt wie viel Geld haben wir Wir haben 400 noch was Äh Das war ja Bogen ne Dann Ne Ne Das war Ach das war Rüstung ne Das war keine Waffe Rüstungs Dings haben wir ja hier gar nicht Aber du kannst auf jeden Fall auch weg 35 Du bist besser als das Sehr schön Leute Das war schon wieder Oder hat er auch Meint ihr der hat auch Äh Rüstung Ich glaube nicht oder Hast du Rüstung Hast du Rüstung Wir fragen ihn einfach Es paar Mal Aber wir haben Hammer bekommen Zeig mal her Oh cool Ich kann aber auch nur das hier Naja Die Gewe ist cool Leute Die ist natürlich auch cool Die schwere Armbrust Aber ich glaube die haben wir tatsächlich schon Seele Oh Oh Gott wir haben zweimal Seele Kommst du auf jeden Fall weg Was bist du Armbrust Trickbogen Ne Oh die haben wir noch gar nicht Die haben wir noch gar nicht Kräftige Schüsse Was sind denn kräftige Schüsse Oh Okay Die braucht auf jeden Fall ein bisschen länger Bis die abgeschossen wird Nehme ich den trotzdem mal wieder Schnelle Armbrust Ja die ist halt auch ganz cool Die macht halt so Und die hier macht Ja die ist auch ein bisschen langsamer Aber ist auch Ich finde die besser Ich finde die besser Leute So wir gucken uns mal eben an Wie viel Schaden die jetzt macht Wo ist denn hier Da ist ein Ziel 276 Ist ganz cool Ja Leute Das war es dann für heute Morgen Gehen wir dann In die Feuerschmiede Ach Leute Das Spiel Ich weiß nicht Wie oft ich das neu erwähnen kann Aber es macht mir so Saumäßig Spaß Ach ich weiß auch nicht Wieso es mir so viel Spaß macht Leute Das ist glaube ich Mein erstes Spiel Was ich Äh Das so ein bisschen Ist halt Diablo Ja für Kinder Würde ich jetzt mal sagen Aber es soll halt wirklich Noch schwieriger werden Wenn wir dann Äh Die Schwierigkeitsgeräte Freigeschaltet haben hier Abenteuer und das hier Steht eigentlich beim letzten Die Gegner sind ultra Wieder stark Zahlreichende Gegner Ja Die Belohnungen sind ultra Krass Uh Noch mehr Ausrüstung Und Artefakte Verfügung Ich habe auch gehört Es soll ein Äh Äh Es soll auch Wenn man alle drei Fertig hat Noch ein extra Dungeon Dann geben wir Geben Da bin ich gespannt Aber ich freue mich auch Auf den zweiten Schwierigkeitsgrad Da werden wir dann auch Noch mal alle Durchspielen hier Weil mir das Spiel Echt so unglaublich Viel Spaß macht Leute Wirklich Ich weiß nicht Wie oft ich das Noch wiederholen kann Die Deutsche Die finde ich nicht so cool Ah doch Eigentlich finde ich die cool Aber die Lebe Die ist halt ultra krass Leute Die ist geil Die ist richtig cool Ja Leute Das war es dann jetzt Wirklich ne Äh Oben ist die Playlist Für Minecraft Dungeons Wenn ich es nicht vergessen habe Wie sonst immer Und Und da drunter ist die Playlist Von Animal Crossing Bis dann Euer Kamito Haut rein Und ciao Und da drunter ist die Playlist Und da drunter ist die Playlist